Morgen Andacht von Rainer Tirtler, 1. Petrus 4, Tag 16 Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Nun ermutigt Petrus die Christen in Vers 9 Seid barmherzig zu den Fremdlingen ohne zu klagen Ein Christ darf niemals irgendwelche rassistischen Tendenzen haben Ich habe schon viele Christen getroffen, die keine Ausländer mögen Ich habe eine wunderbare Offenbarung für dich, die mir sehr geholfen hat Hier ist sie Jeder ist ein Ausländer, es kommt nur darauf an, in welchem Land er sich gerade befindet Einige Leute, die keine Ausländer mögen, wollen, wenn sie in ein anderes Land reisen, gut empfangen werden Das ist wirklich sehr traurig, denn die Bibel sagt ganz klar, dass wir alle Menschen lieben sollen Nicht nur diejenigen, die uns nahestehen Es ist interessant, wie es der Apostel Paulus im Hebräerbrief ausdrückt Er sagt, dass wir gastfreundlich sein sollen, weil wir vielleicht schon einen Enkel in unserem Haus zu Gast hatten Oftmals öffnen die Menschen ihre Häuser, aber sie beschweren sich sehr Doch hier sagt die Bibel, dass wir sehr gastfreundlich zu jedermann sein und uns nicht darüber beschweren sollen Vers 10 Jeder Gläubige hat Gnadengaben erhalten Setzt sie also ein, um einander als treue Verwalter des vielfarbigen Wandteppichs der Gnade Gottes zu dienen Es ist wirklich interessant, dass die Bibel hier im Original das Wort Verwalter sein benutzt Und genau das ist es, was du laut der Passion Übersetzung tun sollst Ein treuer Verwalter sein Ich möchte dich daran erinnern, dass du nicht der Besitzer deiner Gnadengaben bist Du bist nicht der Besitzer deiner Talente Ich denke, das ist etwas, das wir mit Nachdruck lehren müssen Ich erkläre dir warum Welche Gabe du auch immer hast, welches Talent dir auch gegeben wurde, es gehört nicht dir Es ist dir gegeben worden Das bedeutet, dass du der Verwalter bist und niemals der Besitzer Stell dir also vor, du hast die Gnadengabe oder das Talent zum Singen erhalten Du sollst es nicht für dich und deine egoistischen Zwecke nutzen Wenn wir das ernst nehmen würden, kämen wir nie auf die Idee Unsere Gaben und Talente so zu nutzen, wie wir es gerne hätten Sondern wir würden sie lieber so einsetzen, dass wir uns als gute Verwalter erweisen Denn eines Tages müssen wir uns vor Gott verantworten, was wir mit diesen Talenten gemacht haben Wie erkennt man, dass man seine Gaben und Talente gut verwaltet? Es ist eine Sache zu sagen, dass man seine Talente gut verwalten soll Aber woher weiß man, dass man sie gut verwaltet? Das ist nicht schwer Schau Jeder Gläubige hat Gnadengaben erhalten Setze sie also ein, um anderen zu dienen Es ist wirklich sehr interessant Ich persönlich liebe den Begriff einander dienen Weil diese kraftvolle Wahrheit sich wie ein roter Faden durch das gesamte Neue Testament zieht Denn sobald wir verstanden haben, dass es im Christentum um Gemeinschaft und nicht um Egoismus geht Ist die Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat, nicht mehr für mich bestimmt Es geht nicht darum, dass ich auf der Bühne stehe und groß rauskomme Es geht nicht darum, dass ich auf der Bühne stehe, singe und alle applaudieren Was für eine schöne Stimme ich habe Es geht nicht darum, dass ich etwas mit anderen teile und Leute sagen Was für eine Offenbarung Ich will dir ganz klar sagen Laut dieser Aussage des Apostels Petrus ist der einzige Weg mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, gut umzugehen Das griechische Wort für Gnadengabe ist übrigens Charisma Also der einzige Weg, sie gut zu verwalten ist, wenn ich sie dazu benutze, um anderen Menschen zu dienen Wenn ich sie also benutze, um mich selbst toll aussehen zu lassen, bin ich ein schlechter Verwalter Wenn ich sie für andere einsetze, bin ich ein guter Verwalter Viele, viele, viele Male, wenn ich einfach nur müde war, nichts anderes wollte, als ins Bett zu gehen, weil ich den ganzen Tag Menschen gedient hatte Und dann noch andere Menschen kamen und einen Teil von dem brauchten, was ich hatte Von den Gnadengaben, die Gott mir gegeben hat Und ich einfach niemanden mehr sehen wollte Dann erinnerte ich mich daran, dass die Gnadengaben dazu da sind, anderen zu dienen Und niemals, um mich selbst gut aussehen zu lassen Mir gefällt, wie Petrus sagt, oder wie es eigentlich in der Peschen-Übersetzung heißt Dass wir treue Verwalter des vielfarbigen Wandteppichs der Gnade Gottes sein müssen Vielleicht denkst du, das ist ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen zu malerisch Aber das ist es nicht Bis morgen